Ja, hallo zusammen, hier ist der 50,78,70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir die Poro, ich weiß, dass es ein Account einer Madame ist, einer Frau, ja, aber hier spielt, ja, der Mann für sie eine Runde, hier, mit dem Schafo Tour, 9er, ja, Reward-Panzer da, den man ja spielen könnte, 4-Schuss-Autoloader, ne, jeder kennt ihn, wir sind im 10er-9er-Gefecht auf der Map Sharkoff im Süden gestartet und wir haben hier 7, 10er, 8, 9er, darunter 3 Heavys, 5 Meter, Panzer, 3 TDs, 2 Letz und zwar mal die Art, die Munitionsverteilung, 20 mal APCR, Standermunition, 12 mal Heat als Premium-Munition und HE spart er sich, ganz, dann, ja, Werktionskiste, habe ich gesehen, unendlich, kenne ich überhaupt nicht, da war das Unendlich-Zeichen dran, hat man irgendwie, konnte man das wohl erwerben oder bekommen, dann großes Mitgeht, äh, automatische Feuerlöscher und die Schere und bei der Feldausrüstung war die 1 Position 1 gewählt, ja, äh, mit, ähm, Lüftung, zweite Position war Drehmechanismus und dritte Position Schere, ja. Schere beim Schafo Tour, warum nicht Optik, egal, erstmal einen ersten Hit auf den Gegnerischen EBA 105, schon mal 387 zur Begrüßung, in den Radpanzer gepumpt, zweiter Schuss, Fahrgabe in Clip, vier Sekunden sehen wir gerade, dritter Schuss trifft, U-DES 1516 und der vierte Schuss geht wieder nicht durch, jawohl, okay, wir gucken mal, wie stark die Munition da ist, ne, APCR hat, äh, 390 Damage, 264 Durchschlag und die Heap hat 390 Damage und 330 Durchschlag, HE Sparmons ja, ne, soviel dazu, Mission ist nicht gewählt, wir gucken mal, nüchte, keine Aufträge, 3 zu 1 ist stets bereits, hm, hm, sehr ungewöhnliche Fahrtwege macht er hier, mit dem Schafu-Turm, dafür, dass er ein Schermfernderrohr hat, ist immer noch offen, Auto eben, auf den EBR 90, ich glaube, das wird nichts, ja, der kommt jetzt rum, jawohl, da ist er mit der Kanone mitgegangen, verfolgt den EBR, zweiter Schuss verfehlt, immer mitgehen, 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 jawohl, Auto eben ist noch drauf, und der vierte Schuss, ach, geht vorbei beim EBR 90, ja, der kann natürlich die Art, die ihn holen, so, eigene EBR 90 jagt jetzt auch den anderen, er befindet sich leider hier im Reload, da kann man mal sehen, was diese EBRs für Schaden anrichten, die düsen hier quer durch, einzig Ziel ist für die, Artie rausnehmen, was anderes kennen sie nicht, für das eigene Team, mehr spotten, und dann interessiert sie nicht, lieber durchbrechen, und Artie rausnehmen, ich glaube, da holen die sich jeden Abend einen runter, weil sie so eine geilen Typen sind, erstmal durchkauen, und die Arties rausnehmen, ja, Arties gehören nur mal zum Spiel, ja, leider die EBRs auch, ne, die sind, ich glaube, die sind noch ein Stück nervender, als Arties, ich würde ja von Artie halten, was er wollte, aber, hier haben sie auch schon fast kaputt genervt, egal, wir sind jetzt hier, ja, das muss wehtun, ja, aber nisch da, jetzt, Insect vom Objekt 279 F, zweiter Schuss, und da sagt die Artie, ja, 212 A, die 9er, Artie der russischen Fraktion ist das, die ist sehr gefährlich, schießt sehr genau, ich glaube, er hat aber auch sehr flachen Schusswinkel, T92 hat, MC ist schon raus, die 10er Artie, der Amerikaner, gegenseitig ist schon raus, ja, hier sind ja beide Arties schon raus, eben jetzt bei, ich war so froh, dass ich hier, meine französischen Arties, durchgegrindet habe, bis zur 10er, dann wurde die 10er genervt, nur noch 3 Schuss, und jetzt durch die, neue Mechanik, und der neuen Munition, taugen die französischen Arties, gar nichts mehr, vollkommen umsonst, ja, das ist immer so, das ist genauso wie mit Emil, und Kranwagen runter, auf 3 Schuss, ja, okay, die sind noch sehr stark, ja, aber, echt, da holt man sich damals die, grindet die durch, dann wird alles geändert, egal, nicht weiter, Mimimi hier, wir schauen, was hier noch so weiterkommt, 3000 Damage sind wir jetzt gerade, und 342, Aufklärungsunterstützung, Schaden, so, T30 da in der Mitte, 9er, TD, der Amerikaner, nie, nicht so weit, Auto eben drauf, okay, und der zweite Schuss nimmt den T30 raus, dritter Kill, so, zwei Granaten hat er auch drin, ich kann auch in Reload gehen, es steht 11 zu 11, sehr viel mit Auto eben, na gut, wer es mag, kann man ja erstmal machen, Auto eben drauf, dass die Kanone sich ausrichtet, und dann kann man es nochmal rausnehmen, so, WZ 114, Auto eben wieder, okay, und, zack, raus damit, vierter Kill, und wieder sind zwei Granaten über, so, was haben wir noch, den Stritzwagen 103b, EBA 90, und die Artie, erstmal wieder umdrehen, ab in Reload, da lockt wer, ich würde mal so vermuten, das ist der EBA 90, der steht im Cap, und der Stritzwagen, sichert den Cap oben vom Hügel ab, könnte ich mir so vorstellen, Artie hält dann schon mal sich schussbereit, also, es ist gefährlich, da jetzt so hinzufahren, muss da dolle aufpassen, sind aber zwei im Cap, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, Artie ist im Cap, ja, das hätte ich ja nicht gemacht, das ist ja doof, von Artie, da kommt doch nicht drauf, prallt immer am, Stritzwagen ab, wieder Autorähm, ja, gespannt wie Flitzebogen hier, jetzt die Chance, oh, da prallt der Stritzwagen ab, und jetzt muss er wieder in Reload gehen, so, Artie geht raus, da ist der Stritzwagen, hier kann man auch tot ran, aber, der andere Schafo-Tour nimmt den raus, und der EWR90 ist gerade aufgegangen, auf den H2, dem kleinen Hügel, der sitzt da, naja, den muss ich jetzt erstmal jagen, Grille 15, aber wird den nicht erwischen, ja, Auto eben, nee, nee, das, da kommt das Fahnenkreuz nicht mit, bei der EWR90, da fährt er zu schnell, das wäre ja jetzt wirklich ein frecher Schuss gewesen, versucht er hier abzukürzen, ja, EWR90 ist zugegangen, und jetzt, oh, schön gewartet, von der EWR90, vor der EWR90, 1.715 Gradets, XP, später 30 von den Anleihen, von den Bones, der gemeinten Team-Score, 4.881 Damage, 5Ks, 1.391 Basis-XP, gemeldet noch im Bord rein, 26 mal geschossen, 21 mal getroffen, 15 mal durchschlagen, 1.121 Damage, über 300 Meter, 780 sogar geblockt, und dann haben wir Aufgängs- und Stützungs-Schaden, 669 dazu, ja, Distanz ist ganz schön weit hin und her gefahren, 7,25, also 7,3 Kilometer, dafür gab es 49.810 Credits, abzüglich Repair, und Munition, die nicht so ganz billig waren, und dann macht das auch ein Minus, von 7.337, das Ganze in 11 Minuten 35, ja, und dann die Basis-XP Plus, Bonus für das Premium-Fahrzeug, habe ich ganz vergessen zu sagen, ja, Schafrotour ist ja Premium-Fahrzeug 104, ja, XP dazu, dann haben wir hier 2.191 XP und 105 freie Erfahrung, ja, schön schön, wunderbar, ja, nette Runde mit dem Schafrotour, äh, Futur 4, und ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.